Final Fantasy XIII.2. Die Geschichte bis jetzt. Ist... Ist das du? Ich werde dich nicht gehen lassen. Es ist zu late. Wieso wir uns jetzt hier treffen? Ich habe in den Kommentaren das gelesen und selber kann ich nicht fassen, dass ich das übersehen habe. Wir machen uns jetzt auf den Weg und holen uns die Karte von Academia. Das ist ein bisschen Backtracking, aber so will es das nicht. Das schaffen wir schon. Das sind jetzt angenehme 17 Grad, vielleicht auch 16. Die Luft ist ein bisschen feucht, aber die Situation, in der ich jetzt sie aufnehme, ist viel besser als die vorherige und die davor. Wo ich nach 5 Minuten schon aufgehört habe. Das habt ihr ja leider nicht gesehen. Wir werden jetzt ein bisschen kämpfen müssen. Wir haben 3.700 Kristallpunkte. Was verändern müssen wir noch nicht. Wir können hier ein bisschen quatschen. Worüber ich gerne quatschen will, ist... Im Part 62. Habe ich sehr viel Negatives über den... den einen Spieler da geäußert. Und zwar Chris G. Ich denke, das war ziemlich viel Negatives. Man sollte auch etwas Gutes sagen. Etwas Gutes sagen. Aber nicht, dass ihr mich jetzt als Hater oder so seht. So ist das nicht. Was mir noch Gutes zu ihm einfällt, ist eigentlich nur, dass er weiß, wie diese Zoning-Strategie funktioniert. Ich freue mich nicht darüber, dass er das macht. Weil ich diese Strategie nicht abkann. Aber er weiß, wie das geht. Aber er weiß, wie das geht. Ah... Und das noch... Allerdings ein paar Gutes habe ich. Ich glaube, es funktioniert. Ah doch, es hat funktioniert. So, damit ihr wisst, dass ich ein Hater bin. Wenn ihr meine Brawl-Episoden gesehen habt, dann sieht ihr ja, dass mein Kumpel Schlange, der... Der ist so ähnlich. Also er weiß aber auch, dass das ein Kryptonit ist. Er weiß, dass... Er benutzt... Er benutzt Pit. Und dann kommt er mit diesem... Und den feilen. Und permanent. Er versucht mich mental fertig zu machen. Und da schafft er das auch irgendwie. Aber dann versuche ich es auch bei ihm. Also... Das heißt jetzt nicht, dass ich ihn hasse. Er ist ein Kumpel und... Während wir dann spielen... Passiert es dann halt, dass er... Dass er versucht so, mich zu besiegen. Es ist ja nicht... Alles nur... Alles nur geballte Power. Wenn man ein Spiel gewinnt. Also es hängt ja nicht nur davon ab. Es hängt ja nicht nur von geballter Power ab, ein Spiel zu gewinnen. Ja, das ist das Ganze. Wenn man schafft, den Gegner mental noch irgendwie zu irritieren... Dann sieht es noch besser für einen aus. Einfach jede Methode benutzen, um seine Chancen zu steigern. Aber wir spielen hier... Wir spielen hier einfach nur so aus... Aus Gag. Weil das Spiel uns Spaß bringt. Tja, was könnte man noch dazu sagen, dass ich kein Hater bin? Äh... Ich... Tja, nachdem ich die Videos von diesem... Chris G gesehen habe, habe ich eigentlich... Oh! Die Interesse an ihm verloren. Wieso habe ich den hier nicht gesehen? Lass den mal verprügeln. Ich gebe noch ein paar Kristallpunkte aus. Ich... Ich hasse seine Strategie, aber das hatte ja nichts mit ihm zu tun. Das hatte erst mit ihm zu tun, als ich gesehen habe, dass der... Ähm... Arrogant ist. Ich hoffe, ihr habt die Videos gesehen. Äh... Und gemerkt, dass... Wenn er am... Wenn er verloren hat oder so... Er wollte... Dass er nicht mal freiwillig die Hand geben wollte. Also die Hand schütteln wollte. Äh... Um den gegenseitigen Respekt zu seinem Gegner zu zeigen. Das ist ein bisschen schwach, aber ich habe ja auch noch gute Sachen gesagt. Ach... Da fällt mir ja noch ein zweiter Typ ein. Wie hieß der nochmal? Filipino Champ. Äh... Der... 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 Bei ihm ist es nur... Äh... Die Charaktere, die er benutzt in Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Ja, ich weiß nicht, ne? Fuhre ich jetzt damit. Aber... Ja... Das ist noch ein langes Let's Play. Und da... Ist ja nicht so wild. Nicht ein paar Minuten nur da rüber. Die müssen wir eigentlich platt machen. Schwächen... Hat er... Perfekt. Es hat gesessen. Komm schon. Gift will ich nicht. Na egal. Versuchen wir es. Malhand. Huuu... Das ist ja okay. Der hat uns mit einem Hieb erledigt. Anscheinend sind wir doch nicht stark genug. Laufen wir weiter. Bye, bye. Bye. Der gute Filipino Champ. Der benutzt Phoenix. Und wer Ultimate Marvel vs. Capcom 3 kennt, weiß wie... Wie... Oh, das ist der richtige Weg. Oh... Oh... Ja... Oh... Das ist noch ein langer Weg. Egal. Du weißt, wie... Wie billig ebenfalls Phoenix ist, wenn sie erstmal Level 5 hat und dann noch Level 3 Ex-Factor. Und das ist ja da. Da kann man ja schon gleich sagen, dass man verloren hat. Außer man erwischt sie. Aber die meisten Leute sind dann so überheblich mit der und... Ach... Falsches Part. Sind überheblich mit der und vergessen dann zu verteidigen. Wenn man dann ne Lücke findet, ist die K.O. Aber genug zu dem Spiel kommen wir zurückzufallen in Fantasy. Also... 13 to... Ich habe hier ein Update zu meiner Liste gemacht. Nicht die Liste, die... Ich am Ende zeigen werde, wo die ganzen Achievements sind, sondern die Liste... Den Sachen, was ich eigentlich vorhabe. Nachdem wir die Karte geholt haben, werden wir das machen. Gehst du bitte drauf? Danke. Ah, knapp 15.000. Ist ja auch nicht so wild. Lass mal sehen, wo längst muss ich hier längst. Schnell bevor die wieder respawnen. Und respawnen nach K.O. Na geil, lauf weiter. Ist nicht so wild. Ähm... Eine Sache ist gut. Ich habe wieder vergessen, das Paradigmen zu wechseln. Eika... Zu der Liste... Ich werde jetzt von Zeit zu Zeit immer stärker. Und... Ich weiß, wo sich alle Mini-Bosse... Sozusagen... Befinden. Die haben jetzt zufällig den Kaktor getroffen. Und seinen Vater den Metallkaktor. Und ich weiß auch, wo sich die anderen befinden. Aber ich habe... Ich habe es eher verplant, wie stark die... Die jeweiligen Monster sind. Wenn... Seht ihr jetzt permanent meine Stats. Ich... Ich versuche das auch nachzuschauen. Aber wenn ihr selber schon wisst, wann ich... Einen besiegen könnte... Sodass es eine Challenge ist... Dann sagt mir einfach Bescheid... Moment mal... War da was? Könnte ich da hin? Ne, da war nichts. Damit es eine Challenge ist, dann... Schreibt mir im Punktbereich, welchen Boss ihr meint. Und ich mache ihn dann auf den Weg zu gehen. Oh ne, sagt... Bitte! Komm schon, du musst das Terminal, damit sich das ändern kann. Oh ne, sagt bloß, ich kann da nicht ans Terminal ran. Das ist einen anderen Weg zurück. Ne, das ist jetzt ein Witz. Wie komme ich denn bitte da hoch? Mal gucken. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier hoch komme ich auch nicht, oder? Doch, ich könnte es schaffen. Boulevard. Ach, geschafft. Zum Glück. Wow, da haben sich aber eine Menge versammelt. Ich werde da ein bisschen schräg laufen, weil Sarah, wir haben auch 100 Jahre brauchen, um ihr Mock zu verwandeln in die Waffe. Ich habe irgendwie einen Froschen im Hals. Muss man was trinken. Sorry, wenn ihr das gehört habt. Ja, ich weiß, ich bin irgendwie im Moment bekloppt, da ich vergesse, das Paradigma zu wechseln. Ich glaube, ich müsste jetzt permanent sagen, Paradigma, Paradigma, Paradigma und dies nicht vergessen. Oder damit es auch endlich geschieht. Na, komm schon bitte drauf. Danke. Äh, 17.000, das ist genug. Paradigma. Ja, diesmal habe ich es nicht vergessen. Oh! Bevor ich das vergessen habe. Äh, bevor ich das vergesse. Klamottenwechsel. Ah, da wollte jemand den Badeanzug von Sarah sehen. Warum nicht? Noel, kannst du deine Kampftracht anziehen? Ja, die sieht gut aus. Mock, Kaspar kann jetzt erstmal weg. Ah, da haben wir ja Jack Sparrow. Ich wusste nicht, dass Jack Sparrow eine Piratenbundel trägt. Das wäre etwas Neues. Okay, ich wundere mich, wie der mich gerade getroffen hat. Töten wir mal den Großen erst. Die ganze Zeit habe ich nur die Kleine Snow erledigt. Mal sehen, wie es aussieht. Der Lebenspunkte technisch, wenn wir den Großen erst vermichten. Ja, ich glaube das ist kein großer Unterschied. Vielleicht wäre es ein Tick schlechter, wenn man den Großen zuerst bekämpfen will. Ich würde das bitte auch drauf gehen, damit wir mit dem Let's Play fortfahren können. Äh, wir sind gerade aus, oder? Yes! Wo ist er? Ist hinter mir. Egal. Er kommt. Nee, das ist er nicht. Ich will sofort diesen Ort verlassen, nachdem ich die Karte habe. Die letzte Aufnahmesession war ja gute knapp drei Stunden lang. Und da ist ein Fehler aufgetaubt in der Aufnahme. Aber den habe ich behoben. Das hat sehr lange gedauert. Bis ich das damit durchfahre, den ganzen Tag hat es gekostet, weil das hat den ganzen Tag gekostet. Aber ich habe jetzt nicht permanent angesessen. Das Game Audio war asynchron zum Game Video. Also mein Commentary war eigentlich da war eigentlich alles okay. Vom Spiel her war da bei der Aufnahme da gab es bei der Aufnahme Probleme. Kann ich hier hoch und dann weiter? Ja. als ich das in Sony wie das eingepackt habe, gab es war sehr asynchron und da musste ich immer das Game Audio immer ein bisschen verschieben. Und das war zeigen, aber ich gehe da falsch. Ja, also das ist ein falscher ist das falsche. Aber ab jetzt mache ich glaube ich drei Stunden, das wollte ich so oder so nicht. Ich wollte eh so oder so nicht so lang aufnehmen. Das ist zufällig passiert. Was passiert ist, wenn ich hier durchgehe? Aber warum nicht? Nichts ist passiert. Hier war nichts. Und wo ist das Terminal? Das ist hier um die Ecke bestellt. Das Sicherheitssystem von Academia wurde in diesem Sektor aktiviert. Sicherheitsroboter haben vor den Barrierenstellungen bezogen. Die Variante verschwinden. Wenn die davor positionierten Roboter besiegt sind. Korridore sind stark verzweigt oder starke Roboter möglicherweise im Gang werden können. Ja, das haben wir schon längst erledigt. Ohne das zu hören. So, die Karte haben wir bekommen. Ich werde das hier erstmal alles ignorieren. Die Karte, obwohl man das nicht machen sollte. Es gibt noch eine andere Zeitspanne von Academia. Die werden wir besuchen und dann den Rest der Karte aufdecken und dann sehen, was noch fehlt und ob wir es in der anderen Zeit aufdecken können oder nicht. Also wir checken die Karten dann, was wir aufdecken können, wo und was wir nicht aufdecken können. Das ist erledigt. Zu viel Gebrabbel. Wir verschwinden jetzt. Zurück in die Chronosphäre. Jetzt schnappen wir uns, wenn ich mich nicht irre, Monster. Also wir gehen sie jetzt nicht jagen um Kämpfe, um Kämpfe, um zu kämpfen, also um sie bei Kämpfen zu erhalten, sondern wir gehen jetzt los und finden sie mit unserem Mock. Jetzt ist nur die Frage, wo tauchen wir hier auf, weil wir in dieser Zeit bietet zwei Monster, die wir dann holen, will. Ja, komm schon, ah, wenn es so lange lädt, trink ich noch was. Tja, was könnte ich eigentlich nur sagen? Ja, ich wiederhole mich einfach nur. Wenn ihr wisst, welche Monster ich besiegen kann mit meinen Stats, welche Minibosse, etc. Ich habe nur eins gesagt. Etc. war unnötig. Minibosse, sowas wie dieser Kator-Typ, dann sagt mir Bescheid. Wenn ich mich nicht irre, muss ich meinen Mock da hinwerfen oder irgendwo hier in der Nähe ist ein Monster. Ah, ah, er guckt rum, er guckt rum. Kaktorina. Da haben wir doch was gefunden. Inventar. Was war das für ein Zeichen? Das war ein Monster. Oh. Monster-Kristalle da. Kaktorina. Was für ein Monster ist das? Eine Heilerin. Aha, da haben wir doch mal was Neues. Genug Schauderkugeln, um sie hier zu leveln. Höchstwahrscheinlich... Ja, ich weiß nicht. Sie hat nur Engel und Aufmuntern. Aufmuntern wird wahrscheinlich mehr Trefferpunkte sein, wenn man Engel benutzt. Lass mal sehen, unseren Heiler. diesen K. Was hat der drauf? Vidra, Vita. Oh, wir könnten den eigentlich füttern. Er hat auch Aufmuttern und Engel. Ne, ich level ihn nicht. Noch nicht. Das ist mein Mog. So, Gisarkraut haben wir mehr als genug. Wir nehmen das Choco, damit ich euch eine Menge Zeit erspare. Damit wir eine Menge Zeit sparen. Und was wir noch machen können... Hey, Leute! Du bist zurück! Was will der von mir? Benny, ich bin noch hier gewesen, nachdem ich die Zeit verlassen habe. Also, ich bin noch direkt wieder zurückgekehrt. Ja, wie nun auch sei, hat er nur ein bisschen mit uns gequatscht. Das nehmen wir ihm nicht übel. So, aber ich wollte das hier checken. Dieses Fragment hier, das werde ich nicht holen, obwohl ich jetzt eigentlich hier runtersteigen könnte und das holen könnte. Also, ich werde es nicht holen. Das wird zu einer... Es wird später zu der Story gehören. Also, es muss geholt werden. Und wenn das so weit ist, hole ich das dann. Also, man braucht dann, um in der Story weiterzukommen, mehrere bestimmte Fragmente. Diese hole ich dann, wenn es so weit ist. Einschließlich dem hier. Hey Leute, hier ist nochmal euer HD. Ich hoffe, ihr habt Spaß an meinen Videos und dass wir euch weiterhelfen, wenn ihr die Spiele selber spielt. Falls ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, verpasst den Videos einen Daumen hoch. Und um den Anschluss nicht zu versäumen, haut mir noch ein Abo rein, damit ihr bei mir immer auf dem neuesten Stand seid. Dies benötigt nur ein paar Sekunden eurer Zeit, aber es hilft mir und meinem Kanal gewaltig. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder.